Eine Rendite-Immobile zu verkaufen, ist insbesondere dann eine Herausforderung, wenn diese nicht vermietet ist. Wir schauen uns in dieser Folge von How to Real Estate an, was genau diese Herausforderungen sind und welche Möglichkeiten Ihnen als Verkäufer zur Verfügung stehen. Dass es bei Rendite-Immobilen in den allermeisten Fällen schlecht ist, wenn diese leer stehen, ist logisch. Dabei gibt es aber schon qualitative Unterschiede. Bei Erst- oder Wiedervermietungen nach Neu- oder Umbauten bedeutet Leerstand etwas anderes als bei einer Bestandesliegenschaft, die leer steht, weil die angesetzten Mieten im kompetitiven Umfeld chancenlos sind. Generell gilt, Leerstand ist bei jedem Verkauf einer Rendite-Immobilie eine Herausforderung und das in mehrfacher Hinsicht. Lassen Sie uns vier Faktoren gemeinsam anschauen. Der offensichtlichste Faktor, ausbleibende Mieterträge. Wir haben es bereits angesprochen. Käufer erwerben Rendite-Immobilien, um regelmässige Mieterträge zu erzielen. Hier liegt das Leerstandsproblem auf der Hand. Ohne Mieter keine Mieteinnahmen, ohne Mieteinnahmen keine Rendite. Gleichzeitig schaut es auf der Kostenseite anders aus. Wenn ein Käufer ein leerstehendes Objekt erwirbt, hat er von Beginn an gewisse Fixkosten. Und das ganz unabhängig vom Vermietungsstand. Die Aussicht auf eine Liegenschaft, die nach Übernahme ausschliesslich Kosten, aber keine Einnahmen generiert, ist wenig verkaufsfördernd. Um das zu ändern, müssen bei einem Leerstehen-Objekt die zu erwartenden Mieterträge realisiert, die Wohnungen also vermietet werden. Und das bringt uns direkt zum zweiten Problem. Das Vermieten von Wohneinheiten bedeutet viel Aufwand. Das Erstellen von Präsentationsmaterial, das Durchführen von Besichtigungen, das Prüfen von Bewerbern und das Ausstellen von Verträgen und die Übergabe von Wohnungen. All das kostet entweder viel Zeit, wenn man es selber macht, oder viel Geld, wenn man eine Drittpartei damit beauftragt. Beide Vorstellungen wirken abschreckend auf potenzielle Kaufinteressenten. Im Verlauf eines Verkaufsverfahrens ist es durchaus üblich, eine Liegenschaft mit einem professionellen Verfahren zu bewerten. Das bringt uns zum dritten Faktor. Leerstand kann sich auf diese Bewertung auswirken. Eine vollvermietete Liegenschaft wird mitunter deutlich höher bewertet als eine Leerstehende. Wieso ist das so? Nun, die meisten Renditeimmobilien werden mit der Discounted Cashflow-Methode bewertet. Dabei werden die zu erwartenden Mieteinnahmen auf eine Zeitachse gelegt und abgezinst. Die Berechnung dieser Abzinsungen ist kompliziert und hängt von vielen Faktoren ab. Aber einfach gesagt, die Abzinsung auf zukünftig zu erwartende Mieterträge ist deutlich geringer, wenn die dafür relevanten Mieterträge beim Bewertungsstichtag bereits tatsächlich realisiert werden. Mehrfamilienhäuser sind langfristige Geldanlagen. Und bei dieser Langfristigkeit spielt der Faktor Sicherheit eine große Rolle. Eine Frage, welche sich potenzielle Käufer dabei gerne stellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die projizierten Mieten in Zukunft auch tatsächlich realisiert werden können? Das bringt uns zum vierten Faktor. Denn diese Frage kam bei einer Bestandesliegenschaft, bei welcher die angesetzten Mieten seit mehreren Jahren konstant und zuverlässig bezahlt werden, wesentlich sicherer beantwortet werden als bei einer Neubau-Liegenschaft, welche noch nie vermietet wurde. Bei einem Neubau fehlen hier schlussendlich die Erfahrungswerte. Und dieser Unsicherheitsfaktor spielt bei einem Verkauf eine Rolle. Fassen wir zusammen. Ausbleibende Mieterträge, Vermietungsaufwände, tiefere Bewertungen und Unsicherheiten bei den Mietzinsen. Das sind alles Faktoren, welche potenzielle Käufer verunsichern. Heisst das, dass es unmöglich ist, solche Liegenschaften zu verkaufen? Ganz im Gegenteil, denn als Verkäufer haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um diesen Unsicherheiten professionell zu begegnen. Ich möchte Ihnen diesbezüglich drei Tipps mit auf den Weg geben. Das Wichtigste vorweg. Auch wenn der Leerstand Ihrer Liegenschaft ein Schwachpunkt ist, kommunizieren Sie offen und ausführlich. Potenzielle Kaufinteressenten werden den tatsächlichen Vermietungsstand Ihrer Liegenschaft früher oder später in Erfahrung bringen und sich entweder damit arrangieren oder nicht. Wenn Sie versuchen, potenziellen Leerstand Ihrer Liegenschaft beim Verkauf zu Beginn zu verschweigen, um Interessenten möglichst lange bei der Stange zu halten, verlieren Sie zwei Dinge. Wertvolle Zeit und noch viel wertvolleres Vertrauen. Je besser Sie erklären können, wieso Ihre Liegenschaft leer steht, auf welcher Basis Sie die entsprechenden Mieten angesetzt haben und was die ideale Strategie für eine möglichst schnelle Vollvermietung ist, desto höher sind Ihre Verkaufschancen. Eine weitere Option, überdenken Sie den Verkaufszeitpunkt. Sind Sie wirklich auf einen sofortigen Verkauf angewiesen? Die effektivste Methode, dem Leerstandsproblem aus dem Weg zu gehen, ist es, es einfach aus der Welt zu schaffen. Anstatt einen sofortigen Kauf einer leerstehenden Immobilie zu forcieren, kann es sich mitunter lohnen, sich um eine schnelle Vollvermietung zu kümmern. Dabei gibt es viele Hebel, die Sie in Bewegung setzen können. Sorgen Sie für bestmögliches Dokumentationsmaterial. Lassen Sie die angesetzten Mietpreise von einem Profi beurteilen. Und eventuell könnte es sich lohnen, die Erstvermietung in die Hände einer professionellen Verwaltung zu übergeben. Das kostet zwar im ersten Moment Geld, wirkt sich aber später positiv auf den erzielbaren Verkaufswert aus. Jede Wohneinheit, die nicht nur theoretisch, sondern auch in Realität Mieterträge abwirft, wird Ihnen beim Verkauf Ihrer Liegenschaft helfen. Gleichzeitig fliessen die bereits erwirtschafteten Mieterträge bis zum Verkaufszeitpunkt in Ihre eigene Tasche. Eine weitere Option ist das Ausstellen einer sogenannten Mietzinsgarantie. Als Verkäufer sind Sie in der Regel von der Realisierbarkeit der angesetzten Mieten überzeugt. Indem Sie die projizierten Mieteinnahmen in Form einer Gewährleistung für einen bestimmten Zeitraum zusichern, können Sie das Vertrauen bei einem potenziellen Kaufinteressenten enorm stärken. Mietzinsgarantien sind ein beliebtes und bewährtes Mittel, um leerstehende Neu- oder Umbauten zu verkaufen. Wie genau solche Garantien funktionieren und was Sie dabei beachten sollten, haben wir in einem weiteren Video für Sie erklärt. Eine Leerstände-Rendite-Immobilie stellt Sie als Verkäufer zweifelsohne vor Herausforderungen. Sich diesen Herausforderungen bewusst zu sein, ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Transaktion. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an How to Real Estate. Auf Wiedersehen! Hallo, ich bin es noch einmal mit einem kleinen Hinweis. Wir möchten über die Themen sprechen, die Sie interessieren. Falls Ihnen eine Immobilienfrage unter den Nägeln brennt oder Sie ein Thema kennen, das wir unbedingt behandeln sollten, zögern Sie nicht, uns das mitzuteilen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen in den Kommentaren. Herzlichen Dank und bis bald!